Liebe Damen und Herren, willkommen zurück. Ich sitze hier heute mit Roswitha. Ich bin sehr froh, dass wir hier sitzen und vielen Dank auch, Roswitha, an deinen Mut, auch und die Gesundheit, hier zu sein, denn wir reden heute über die narzisstische Persönlichkeitsstörung, welche Auswirkungen sie hat und vor allem über echte Erfahrungen, zusammen mit, wie du es geschafft hast, dich zu trennen und dich zu heilen auch, dass du auf dem Weg der Heilung bist, denn die narzisstische Persönlichkeitsstörung kann sehr, sehr zerstörerisch sein. Also jede Person, die in einer solchen Beziehung war, kann das bestätigen. Es ist nicht einfach. Ja, hallo Marc. Also Marc, es freut mich, dass ich meine Geschichte hier erzählen darf. Ich heiße Roswitha, bin 62 Jahre und wohne bei Mainz. Deshalb hört man ja schon diesen Slang, diesen Dialekt. Und ich war jetzt 16 Jahre lang gefangen in eine Ehe, ohne zu merken, dass ich gefangen war. Und ja, ich bin einfach nur dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, Menschen, Frauen so gefühlt in den Arm nehmen zu können, um zu sagen, ihr schafft das auch, ihr müsst nur erkennen. Und hier ist mein Weg zur Heilung. Ja, und das ist ja eine recht lange Zeit, 16 Jahre. Wann bist du darauf gekommen, dass vielleicht irgendetwas nicht richtig stimmt? Eigentlich, wenn ich so zurück überlege, von Anfang an waren immer so komische Situationen, wo ich gedacht habe, oh, das ist aber grenzüberschreitend gewesen. Also das war schon teilweise auch unmoralisch. Da hat nach einem halben Jahr schon kam schon die erste Entwertung zu, wie du hast ja grüne Unterhosen an oder der, der sich sexuell für meine Tochter interessiert. Es war Sommer, wo ich gedacht habe, boah, das geht ja jetzt wohl gar nicht. Oder nachts von anderen Frauen träumen, in meinem Beisein. Aber ich kannte dieses Mindset nicht. Also ich kannte, ich habe mich mit dem Thema Narzissmus noch nie auseinandersetzen müssen, geschweige denn so ein Mensch wie er kennengelernt. Ja, ich habe ihm einfach vertraut und habe gedacht, okay, wir sind hier zusammen, wir sind ein Paar. Und das ziehen wir gemeinsam durch, gemeinsam, ne? Genau. Ja, und dann war vor, es ist jetzt das siebte Jahr, kam die erste Drohung mit Wage es nicht und was meinst du, wer du bist? Okay, habe ich für mich gedacht. Also es war richtig, auch immer so diese komische Stimmung, diese unterschwellige, komische Atmosphäre, wo ich gedacht habe, das bildest du dir nur ein und du sprichst ihn daraufhin an und dann finden wir eine gemeinsame Lösung. Immer wieder, wenn du das ansprichst und dann findest du eine gemeinsame Lösung. So, und es war nicht so, also es war ihm damals egal. Und dann war ich, da bin ich eingestiegen über Google mit der Frage, ich leide und weiß nicht warum. So, und dann kamen natürlich ganz viele Antworten, so wham, wham. Da habe ich mich reingekniet, weil da wusste ich, du brauchst jetzt Antworten, egal wie, ne? Du brauchst Antworten, du musst ihn verstehen, du musst wissen, was hier passiert. Ja, genau, das war so der Anfang. Ja, und das ist tatsächlich einer der Wege, wie man das dann aus rausfindet. Mir geht es immer schlechter und ich weiß nicht genau warum, weil diese Attacken zum Teil so unglaublich subtil sind, wie sie vorgehen. Und weil eben diese Schuldumkehr auch immer eine Rolle spielt. Man denkt irgendwann, bin ich selbst vielleicht toxisch. Aber geht es mir auch immer schlechter. Ich probiere hier, wenn man selbst ein großes, warmes Herz hat, dann erwartet man nicht, dass Menschen so denken können, wie gestört Franzisten, auch zum Beispiel wirklich sehr bösartig. Wie hat sich das ausgespielt mit der sexuellen Anziehung zu deiner Tochter? Also das ist ja wirklich etwas, das geht eigentlich gar nicht. Was war in dieser Situation? Ja, gut, die Situation, Hochsommer auf dem Balkon, damals ist mein Vater gestorben, ich war in tiefer Trauer und habe das dann nur so by the way, habe ich gesehen, wie der das macht mit meiner Tochter. Und wie gesagt, ich habe mir darüber nichts gedacht. Aber es ist leider Gottes im Laufe der Jahre, ist gerade dieses sexuelle Interesse an junge Mädels, ist immer mehr von seiner Seite. Also alles in meinem Beisein und auch in meinem Beisein. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss diesen Mensch retten, weil er hat eine Depression, er sitzt da und dann sage ich zu ihm, du hör mal, weißt du was, jetzt gehen wir Badminton spielen, das machst du ganz gern und komm, ja, wir beide und ich hole dich da raus und guck mal, das Leben ist schön. Von einfach war nie die Rede, ich bin dein Partner, ich helfe dir. Wir waren Badminton spielen, kommt ein 18-jähriges Kind rein, er zieht seinen Bauch ein und sagt, ich musste noch wohl Erfolg bei den Frauen haben. Und dann sage ich zu ihm, okay, das sagst du mir. Und so ist es im Laufe der Jahre immer diese Entwertung, diese Respektlosigkeit, diese Verachtung, diese Feindseligkeit, ist immer mehr, ich war, also um das abzukürzen, ich habe gelitten, ich war, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gelitten wie in dieser Ehe, weil ich ihn nicht erreicht habe. Er war, ja, es war ihm egal, wie es mir ging. Das habe ich, das hat er mir auch gesagt. Ich habe gesagt, du hör mal, frag mich doch mal, wie fühlst du dich an deiner Seite? Und das frage ich dich auch. Ich habe immer wieder die Kommunikation gesucht, wir beide. Es muss doch möglich sein, dass wir ein Gespräch auf Augenhöhe führen können. Muss es doch. Ich habe gekämpft, ich habe um meine Rechte gekämpft. Ja, und dann sagt er zu mir, du, das ist mir egal, wie du dich fühlst. Und wenn du mich nicht so nimmst, wie ich bin, dann musst du dich leider verpissen. So, okay. Das war immer so, wäm. Und nochmal, wäm, nochmal, wäm. Ja, und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich habe mir die Frage gestellt, wie komme ich da raus? Ich leide und ich will nicht mehr leiden. Ich habe gemerkt, dieser Mensch, ich habe mich mit seinem Charakter mal auseinandergesetzt, weil wenn ich über Narzissmus mich informiere, über toxische Beziehungen, destruktive Beziehungen, ja, manual passt genau, er ist genau so, er ist arrogant, unnahbar, empathielos, es passt genau, aber ich konnte es für mich nicht umsetzen. Ich konnte es einfach nicht. Weil ich, wie gesagt, ich kannte ja diesen, ich kannte diesen Typ Mensch, ich habe immer gedacht, der muss doch ein Stück weit Empathie haben, um diese Ehe retten zu können. Und so habe ich gelernt, mich immer mehr selbst zu behaupten. Ich habe ihm immer mehr gesagt, du darfst so mit mir nicht umgehen. Woher nimmst du dir das Recht raus, mich wie Müll zu behandeln, wie ein Brellbock zu behandeln? Ich war tatsächlich der Brellbock seiner Launen. Wenn der abends heimkam, oder wenn der am Wochenende frei hat, er redete mit mir nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, du, wieso redest du mit mir nicht? Was soll ich mit dir reden? Was meinst du, wer du bist? Also das waren ganz klare Anzeichen eines empathielosen Menschen, eines, und das ist jetzt für mich wichtig, eines Egozentriker. Ein Egozentriker ist nur für sich, er steht im Mittelpunkt und es ist wichtig, wie es ihm geht und es ist unwichtig, wie es anderen geht. Und das wusste ich jetzt. So, jetzt habe ich überlegt, okay, wer ist denn dieser Mensch genau? Gut, ich weiß, er ist ein Narzisst. Narzisst, kennst du einen, kennst du alle, Wissen ist Macht, alles gut. Aber wer ist denn dieser Mensch überhaupt? So, dann habe ich festgestellt, dann habe ich ihn beobachtet. Ich bin aus meiner Partnerposition raus und bin als Beobachter in die Position. So, als ob ich eine Freundin wäre, die dieses Problem mit diesem Partner hätte. Und dann habe ich festgestellt, okay, dieser Mann ist eigensinnig, verbohrt, stur, erbarmungslos, kompromisslos, unnahbar, unreflektierbar. Das ist dieser Mensch, Punkt. So, und mit diesem Wissen bin ich weiter. So, dann habe ich gewusst, eigentlich ist er ja schon antisozial. Dann hatte ich auch gute Gespräche mit Psychologen. Da habe ich ein besonderer Psychologe in YouTube und der sagt zu mir, ich habe ihm nur Beispiele genannt, wie dieser Mensch an meiner Seite noch mit mir umgeht. Und dann fragt mich der Psychologe, ist hier ein Mann bei der Müllabfuhr? Oh, habe ich für mich gedacht. Das heißt, ein antisoziales Verhalten. Und so habe ich gelernt, Stück für Stück bei mir zu bleiben. Und das kann ich jedem raten. Die radikale Selbstzuwendung, die radikale Selbstakzeptanz. Und ich bin ja in diesem, ich bin ja noch so in diesem Baujahr, diese Kriegsenkelgeschichte. Das heißt, damals ist ja von meinen Eltern ist ja mein Willen gebrochen worden. Das ist ja diese schwarze Pädagogik gewesen. Da gibt es auch von der Alice Miller, gibt es ein ganz tolles Buch, das Drama des begabten Kindes. Das heißt, ich dürfte mich als Kind nicht selbst behaupten, wenn ich es gewagt habe, werde ich bestraft mit eisiger Kälte, Ignoranz, Liebesentzug, alles, was dazugehört. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was du einem Mensch antun kannst. Dieses Ignorieren, du bist mir egal, ich sehe dich jetzt, du bist Luft für mich. Ich glaube, das sind ja tatsächlich Experimente, das sind ja Babys, die sind ja gestorben, weil sie keine Umarmung, weil sie übersehen worden sind. Und durch dieses Wissen, okay, jetzt weiß ich, dass dieser Mensch so ist, wie er ist. Das heißt, niemand, und das war für mich wichtig, niemand kommt an ihn ran. Er mauert, er ist passiv-aggressiv, und wie hat er immer zu mir gesagt, niemand ändert mich, auch du nicht. Gut, mit diesem Wissen habe ich Beispiele gesucht, wie er mit anderen umgeht. Wie er mit seiner Ex-Frau umgegangen ist, die war suizidgefährdet mehrmals, genauso wie ich. Ich war auch mehrmals suizidgefährdet wegen ihm. Sein eigener Sohn hat zu mir mal gesagt, er hätte noch nie so einen gefühlskalten Mensch kennengelernt wie sein eigener Paar. Okay, da hatte ich die Beispiele. Wie geht er in der Firma um? Wie ist er in der Firma? Okay, dann habe ich gewusst, okay, Mobbing, das Thema Mobbing war für mich noch interessant. Was ist Mobbing in einer Partnerschaft? So, auch da habe ich recherchiert. Feindseligkeit, verachtende Blicke, Abwertung. Ich habe zum Schluss, habe ich mich gefühlt, durch dieses Gaslighting, diese kognitive Dissonanz, die ich entwickelt habe, zum Schluss habe ich mich gefühlt, ich bin zu blond, ich bin zu alt, ich bin zu dumm, ich bin zu hässlich. Weil er mir ja auch immer wieder gezeigt hat, wenn wir zusammen draußen waren, guck mal, da ist ein junges Mädel, guck mal, die hat lang schwarze Haare, guck mal, da stehe ich drauf. Wham! Der hat mir im Laufe der Jahre so viel, der hat mir so den Boden unter den Füßen weg, so ein bäh! Weg war er, der Boden. Wir waren in Aich und haben, das kann ich jetzt sagen, Aich ist ja nicht so schlimm, und dann kamen die Kellnerinnen, die hat die Bestellung aufgegeben und dann macht er nur noch, es war Hochsommer, 18 Jahre war die Kellnerin. Und da habe ich für mich gedacht, ich wusste damals nicht, ich habe nur gefühlt, ich leide, aber ich war so hilflos, so ohnmächtig, ganz, ganz schlimm. Und wie gesagt, durch diese Dauerentwertung habe ich mich immer kleiner und kleiner gefühlt und wir waren, letztes Jahr waren wir noch in Bayern und da sind wir mit unseren Bikes an der Forkensee, ach, habe ich für mich gedacht, wunderbar, wir können die Ehe, wir finden wieder zueinander, die Ehe retten, ne? Und dann, da habe ich dann für mich gemerkt und jetzt stimmt hier gewaltig was nicht. Es kam eine Joggerin uns entgegen, die war um die 30 und er seinen Bauch reingezogen und dann sagt er zu mir, guck mal, diese Joggerin läuft extra hier vorbei wegen mir, weil ich so besonders bin. Da habe ich für mich gedacht, okay Mädchen, jetzt suchst du dir wieder Beispiele, ne? Besonders? Ach ja, er kann an einem Schaufenster nie vorbeigehen, um sich selbst anzugrinsen, ne? Also ich habe dann richtig Beispiele. Ich habe Beweise gesucht und gefunden, was dieses Manual mir gezeigt hat, ne? Dieses Glas der B. So, ah ja, guck mal, da sind Beweise für seine Arroganz, da sind Beweise für seine Empathielosigkeit. Und so kam ich Stück für Stück raus. Was dieser Mann im Laufe der Jahre, also es passiert, es passiert nicht von heute auf morgen, sondern es passiert über Dauer, dass dieser Mann die absolute Macht und Kontrolle über meine Gefühle, über meine Wahrnehmung und über meine Meinung hatte. Die absolute Kontrolle und ich habe es nicht gespürt. Und der hat mich letztes Jahr, nee, der hat mich 2021 körperlich angegriffen, mit ganz, ganz schlimmen Worte tituliert. Ich habe mich fünf Sekunden lang im Krankenhaus gesehen und anstatt mit mir darüber zu reden, sich zu entschuldigen, hat er es noch schlimmer gemacht und hat mich sechs Wochen lang ignoriert, bestraft. Ich habe ihn immer wieder angesprochen, ich sage, du hör mal, ich habe mich so und so gefühlt, das hat mir Angst gemacht. Warum tust du das? Wir müssen darüber reden. Und da sagt er zu mir, Kopfkino, das ist aber nicht mein Problem, Kopfkino. Und da habe ich gemerkt, verdammt und zogen dir, du musst da raus, egal wie. Und da habe ich für mich überlegt, es gibt drei Möglichkeiten in dieser Beziehung. Entweder ich verlasse die Situation, ich verändere sie oder ich akzeptiere sie. Diese drei Möglichkeiten habe ich immer wieder für mich. Kann ich so eine Situation akzeptieren? Kann ich sie verändern? Kann ich diesen Mann noch erreichen? Nein. Also muss ich diese Situation verlassen, weil ich bin in einer Situation, die mich krank macht. Die mich krank macht. und wenn ich da nicht gehe, dann werde ich noch kränke. Und das Schlimme ist ja auch, wenn man probiert, es zu verändern oder anzupassen, dann wird es auch nur schlimmer und es funktioniert nicht. Entweder man ordnet sich komplett unter oder es gibt nur Terror die ganze Zeit. Hat er ja zu mir gesagt. Entweder du unterwerfst dich mir oder du kannst dich verpissen. Hat er direkt so gesagt. Das ist aber Roswitha wirklich stark, dass du das dann auch erkannt hast und dann auch durchgezogen hast. Weil du hast dich ja dann auch von ihm getrennt. Ich habe überlegt, wie kann ich mich emotional schützen? Also man muss sich nicht gleich trennen, weil dann ist man überfordert. Sich erst mal einen emotionalen Schutz. Da habe ich überlegt, okay, was kann ich jetzt für mich tun? Und an erster Stelle ist, und das ist so wichtig zu erkennen, sich zu entschulden. Sich zu entschulden, um zu erkennen, okay, es ist nicht meine Schuld, dass er mich so behandelt. Weil der Feind an meiner Seite, das hat er ja mal zu mir gesagt, brauchst du dich zu wundern. Also wenn du anders wärst, dann würdest du mir genügen. Ja, es ist tatsächlich, an erster Stelle ist sich zu entschulden. Das heißt, er hat diese Gewalt, er ist ja aggressionsbereit. Und diese Gewalt hat er schon in meine Ehe gebracht. Das war ein riesengroßer Schritt. Da nimm es nicht persönlich. Das ist so wichtig zu erkennen, dass das mit mir, was er gemacht hat, mit mir gar nichts zu tun hatte. Dass es sein Charakter war. Das ist, wie gesagt, das kann ich jedem empfehlen. Und dann bin ich weiterhin und denke ich, okay, jetzt machst du ein Tagebuch, also Tagebücher führen. Alles aufschreiben, was er dir angetan hat. Das ist so wichtig, weil man vergisst das so schnell. Man verdrängt. Das will man nicht wahrhaben, man verdrängt. Ein Tagebuch zu führen. Und dann, was mir noch geholfen hat, ist tatsächlich 30 Tage lang jeden Tag aufschreiben, wie fühlst du dich an der Seite von diesem Mann? Wie geht er mit dir um? Und ich habe hier mein Tagebuch liegen und wenn ich das wieder lese, jeden Abend, ach, du bist mir egal, was soll ich mit dir reden? Der Sündenbock, ich war echt, der Sündenbock, seiner, der hat in der Firma, hat er nicht mehr diese Aufmerksamkeit und ich habe es voll abgekriegt. Ich war, also, es war Wahnsinn, was da abging. Aber das nochmal durchzulesen, um zu sagen, guck mal, 30 Tage lang hatte er die Möglichkeit, mit dir gut umzugehen. Er hat es nicht genutzt. Wieder ein Stück weit Rückzug. Ein Stück weit Rückzug, ich soll nicht mehr glauben, was ich sehe, ich soll nicht mehr glauben, was ich fühle, und ich soll nicht mehr glauben, was ich denke. Das ist Gaslighting. Und warum will das dieser Mensch? Weil er es nicht kann. Er kann nicht fühlen. Er kann nicht selbstständig denken, weil er lebt in seinem unechten Selbst. In seiner Blase lebt er. Der lebt in seiner eigenen Welt. er ist etwas Besonderes. Jeder ist dumm. Das hat er auch schon mehrmals zu mir gesagt. Ich bin dumm, obwohl ich die bessere Ausbildung habe wie er. Überhaupt, das sagt man zu niemanden. Das ist ein No-Go. Und zu erkennen, okay, er ist total unkreativ. Er ist nicht in der Lage, zu fühlen oder zu sehen, was die Klarheit und die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit. Dann habe ich für mich entschieden, okay, mein Schatz, zu mir. Wo sind denn deine Stärken? Wo sind deine Werte? Wo ist deine Würde? Die hat er dir genommen. Meine Stärken. Eine offene, klare Kommunikation. Meine Stärken, auf Menschen zuzugehen und direkt die Themen, die Konflikte zu lösen. Dass meine Stärke jeden respektvoll zu behandeln, diese gewaltfreie Kommunikation, die ich irgendwann gelernt habe in meiner Ausbildung, die zu übertragen, das sind meine Stärken. das Schlimme ist dabei, die wollen nicht deine Schwächen, die wollen deine Stärken untergraben. Und warum machen die das? Dass die sich erhöhen können, dass du schön klein bist, dass du dich unterwirfst. Je kleiner du dich fühlst, umso höher fühlt er sich. Ganz klar. Ganz klar. Immer wieder so viele Beispiele. Wenn ich groß bin, bist du klein. Du bist nichts. Du bist Dreck. Das sind so Dinge, die ich gelernt habe. Okay, meine Würde, meine Integrität, wo ist die? Die ist weg. Weil wenn du ihm mehr glaubst wie mir, wenn du was wahrnimmst und er sagt, du bist zu empfindlich, du bist zu dumm, du siehst es falsch, dann glaubst du ihm, weil du vertraust ihm. Wenn der so sagt, der ist ja dein Ehemann, der meint es ja gut mit dir, also vertraust du ihm jetzt, dass es so stimmt. Aber vom Gefühl her fühlst du dich so klein und so wertlos und so hilflos und so wütend, du fühlst dich unheimlich wütend, wie kann der es wagen, so mit dir umzugehen und diese Wut, diese Wut bringt dich aber auch raus, diese Wut zu erkennen, die Gefühle anzunehmen, hier ist so Wut und hier ist Hass, hier ist Hass gegenüber diesem Mensch, dass er dich behandelt wie der letzte Dreck und es ist ihm egal, es ist ihm komplett egal, wie es mir dabei geht. Ja, absolut. Ich steige mich da rein, sorry, nicht böse sein, aber so viel Emotion. Ja, absolut verständlich, es ist nicht einfach, Frau Sviter, ich finde, du hast sehr, sehr viele Punkte richtig gut auf den Punkt gebracht, ich kann absolut 100% nur zustimmen und du siehst das schon sehr, dafür, dass du noch emotional drin bist, siehst du das wirklich sehr reflektiert und analytisch, muss man auf jeden Fall sagen, du hast diese Sachen erkannt, man wird nie durchdringen an diese Person, sie sind absolut emotionslos und man wird überrascht sein, wie eiskalt sie eigentlich sind und wie sehr sie nur ein Schauspiel spielen und das erwartet man nicht, dass ein Mensch wirklich so sehr die Empathie dir anfänglich zeigt, dass das alles nur ein Schauspiel ist und diese Person, die existiert nicht, die man am Anfang kennengelernt hat, die existiert nicht, das ist eine absolute Fassade und mit der Zeit wird das wahre Gesicht immer und immer mehr rauskommen und dieser Punkt mit der Wut, den du gesagt hast, wirklich essentiell und sehr, sehr wichtig, dass man auf diese Wut auch hört, die auch hört, denn was gestörte Narzissten auch gerne machen können, ist, sie sagen dir dann, du hast Probleme mit deiner Wut, das ist ein absoluter Klassiker, die werden durch passive Aggressivität einfach nur indem sie sehr bösartig sind, die wütend machen und dann wirst du diese Wut auch zeigen, weil sie einfach im ersten Moment da ist und man die Emotionen auslässt und sie diese Wut erzeugt und dann werden sie dir signalisieren, du hast Probleme, mit dir stimmt irgendetwas nicht, du hast Wutprobleme, sag mal, du musst zum Therapeuten gehen und dann denkt man selbst, ich habe Wutprobleme, ich darf mich immer so übertreiben, das ist aber genau das Richtige, was du gerade gesagt hast, eben auf diese Wut zu hören, warum bin ich jetzt so wütend, ganz klar wegen dieser Person, weil sie das immer so hervorruft, diese Wut, dann wirklich sagt, Moment mal, warum bin ich eigentlich so wütend und ich finde das auch richtig gut mit dem Tagebuch, denn wenn die immer mal wieder ihre Schauspiel rauspacken, dann denkt man, jetzt endlich ist es wieder soweit, jetzt ist wieder die wirkliche Person und jetzt ist wieder alles gut und die können das unglaublich gut und ignorieren komplett alles Schlimme, was sie jemals gemacht haben, tun so, als ob das nicht existiert, dann machen wieder einen auf heile Welt und dann kann man sehr schnell vergessen, wie schlimm es eigentlich war und dass man dann wirklich ganz klar weiß, okay, einmal alle zwei Monate ist mal ein Tag dabei, der gut läuft, wo er die Fassade wieder rausholt aus der Tasche und sonst geht es einfach immer und immer schlimmer. Wie hast du es dann geschafft, endlich den Spung zu machen und dich zu befreien? Also wie gesagt, erkennen, demaskieren, schützen und entschulden, das sind so die Punkte, die dadurch, dass ich über Jahre hin gegaslighted worden bin und dann braucht es auch eine gewisse Zeit, um da wieder rauszukommen und man soll sich auch nicht quälen, also ich sage immer jeden Tag einen kleinen Schritt zu dir und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo du dann morgens aufwachst und denkst, oh, dir geht es gut. Du hast diesen Mensch komplett durchschaut und der tut dir eigentlich nur leid. Dieser Mensch tut dir nur leid, weil der ist gefesselt. Der ist ein Kellerkind für mich mittlerweile, er ist gefangen. Er ist gefangen in seiner Verbortheit, in seiner Sturheit und kommt oder will da nicht mehr raus. Er ist eigentlich ein kleines motzisches Kind, was nicht erwachsen werden will von das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was wir beide jetzt machen, ist dieser Mann nicht bereit dazu. Der sagt dann, so wie ich bin, bin ich in Ordnung und er hat jahrelang gekämpft, dass er so ist. Das heißt, es findet keine Entwicklung statt. Und wie ich dann da raus kam, wie gesagt, ach so, was ich rauskam, auch mit Imaginationen kam ich raus, mit Affirmationen, mit zeig mir, wer du bist und ich sage dir, was du machst. Immer wieder zu mir selbst zu stehen, das ist der erste große Schritt zur Heilung. radikale Selbstzuwendung, radikale Selbstakzeptanz. Was will ich, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich in einer Partnerschaft, was ist mir wichtig in einer Partnerschaft. Immer wieder, es gelingt am Anfang, weil man ist ja, das wollen die, man ist ja nur mit diesem Mensch beschäftigt, von morgens bis abends, immer so diese Gedanken, so warum tut er das und wie komme ich darauf, aber Schritt für Schritt ohne Schuldgefühle zu sagen, was will ich. Imaginationen, wie stellst du dir deine Partnerschaft vor, welcher Mensch möchtest du an deiner Seite, Bilder, fühlen, fühlen, wie geht der Mensch mit dir um an deiner Seite, was du dir wünschst, so guck mal mein Schatz, ich sehe dir geht es nicht gut und ich bin jetzt bei dir, ich helfe dir, ich bin zu 100% für dich da, das sind so Dinge, okay, das wünsche ich mir, das brauche ich. Und das hat auch ein jeder verdient. Absolut. Man muss sich beweisen zu einer Person, die sich selbst auch nie beweist und eine komplette Doppelmoral hat und einem das Gefühl gibt, man muss sich immer wieder beweisen, du musst dich jetzt beweisen, das hast du schlecht gemacht und jetzt musst du dich beweisen und richtig gut auf den Punkt der radikalen Selbstakzeptanz. Denn diese Menschen geben einem ja immer das Gefühl, dass egal, was man macht, es ist schlecht, egal, was man macht. und das auch wirklich sehr, sehr gut zu verstehen, auch was du gesagt hast, Frau Spieter, sie werden immer kritisieren. Das heißt, es liegt nicht an einem selbst, sondern an dieser Person. Es ist egal, ob man jetzt einfach nur da steht, ob man etwas isst, ob man irgendetwas erzählt, ob man einen Tee trinkt, egal was, sie werden immer irgendetwas finden, wo sie einen kritisieren können. Man könnte das perfektes Verhalten zeigen, sie werden trotzdem irgendetwas finden, wie sie einen kritisieren können. Und eine Sache, die da helfen kann, sich da auch zu befreien und diese Klarheit zu sehen, das ein bisschen nüchtern zu betrachten. Und das soll diese Menschen jetzt nicht im geringsten entschuldigen, aber sie haben ein komplettes Leben voller Leid. Sie werden niemals ein glückliches Leben führen können. Man selbst kann das aber, wenn man sich befreit von solchen Menschen und da rauskommt und an sich selbst arbeitet, das, was diese Menschen eben nicht machen können, sie können nicht an sich selbst arbeiten. Wir haben dieses Potenzial, ein wirklich glückliches Leben zu führen. Diese Menschen, egal wie viel Leid sie hier zugefügt haben, sie werden selbst ein Leben lang viel Leid haben. Und das ist, man könnte sagen, eine Genugtuung schon fast ein bisschen. Ja, also eine Genugtuung für mich nein, weil die haben ja auch ihre Vorgeschichte, die hatten ja diese Eltern gehabt, der ist ja, der hat ja keine Wahl gehabt, der tut mir unendlich leid, aber es hat jeder im Hier und Jetzt die Verantwortung, wie er mit seinem Gegenüber umgeht, genauso wie ich auch. ich hatte eine destruktive Kindheit und kann aber heute sagen, okay, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe viel gelernt zu meiner Person und dieses soziale Verhalten. Aber Marc, du hast mich nochmal gefragt, wie kam ich da raus? Was mir noch so einfällt, ist tatsächlich, man lernt ja diesen Mensch ganz anders kennen. Er ist ja am Anfang, so war er die ersten Jahre, so lieb, nett, fürsorglich, wohlwollend. Er war ja ein Traummann, er hat gut zugehört. Alles, was mir wichtig war, war ihm auch wichtig und jetzt ist er ja genau das Gegenteil. Er ist genau das Gegenteil. Das heißt, ich habe über ein Ritual habe ich diesen Mann beerdigt. Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben und bin tatsächlich an unseren Friedhof und habe ein Kreuz gebastelt aus zwei Stöcke, ganz einfach und habe mir eine leere Stelle gesucht, wo ich niemanden störe und habe Abschied genommen von diesem Mensch, den ich kennengelernt und geliebt habe und ich darf jetzt trauern, weil es ist ja so, du trennst dich von einem Narzissen, geht es ja nicht von heute auf morgen wieder gut, weil jetzt geht ja die Trauerphase los. Es ist ja eine Trennung und das darf man nicht vergessen, du darfst trauern, diesen Mensch gibt es nie mehr, nie mehr. Dann habe ich einen Vertrag mit mir selbst gemacht und das habe ich hier kurz aufgeschrieben, ab sofort lenke ich meine komplette Aufmerksamkeit ganz bewusst auf mich, das ist diese radikale Selbstzuwendung, ich alleine bin für mein Glück verantwortlich, weil das ist ja auch so eine Abhängigkeit, nur er kann mich glücklich machen, nur er ist in der Lage, das hat man im Laufe der Jahre gelernt, das ist ja diese Abhängigkeit, ich erkläre mich bereit, von dem Auslöser dieser Gewalt Abstand zu nehmen und finde es so zu neuer Kraft, loslassen, loslassen, ich rede meine Beziehung nicht mehr schön und finde keine Entschuldigung mehr für sein toxisches Verhalten und das ist mein Mantra, das ist mein Mantra, die Gewissheit, ich bin, ach so, was für mich noch wichtig war, diese Bedürfnisse eines jeden Menschen, zum Beispiel Bindung, Sicherheit, Unlust, Lustvermeidung, ich habe hier ja eine Bedrohung erfahren, ich habe hier keine Sicherheit erfahren, die Gewissheit, dass ich hier nie eine Sicherheit finden würde, eine emotionale Sicherheit, die Gewissheit, dass ich dieses Unrecht, was mir hier wieder erfahren ist, benennen kann jetzt, weil das ist auch so wichtig, dieses Unrecht zu benennen, es ist mir Unrecht hier ist mir geschehen, Unrecht in der Form von Verbot von Gefühlen, Wahrnehmung meiner Meinung, Verbot von meinem Ich, mein verlorenes Ich, wo ich mir dann wieder selbst Stück für Stück zurückgeholt habe, wer bin ich, wer bin ich überhaupt, was ist mein Charakter, mein Wesen, wie zum Beispiel, was sind meine Werte, Loyalität, oder halt Gerechtigkeit, die Wahrheit, das sind meine Werte, die er mir zerstören wollte, und so kommt man Stück für Stück daraus, Stück für Stück. Ja, wie lange hat das gedauert, diese Phase von dem Erkennen, ich werde daran arbeiten zu dem ich kann jetzt weg tatsächlich. Also es gab verschiedene Situationen, wo ich gedacht habe, jetzt stirbst du, du fällst tot um, so wie der mit dir umgeht, die 20-jährigen Mädels, die sind schöner, attraktiver, guck mal, ich zeige hier mehr Interesse wie von dir, du bist nichts mehr wert, guck dich mal an, da habe ich für mich gedacht, und es ist tatsächlich so, und das finde ich so toll, bei einer Veränderung, eine Veränderung kann nur passieren, wenn man echt ganz tief unten liegt und sagt, und jetzt muss was passieren, so gehst du kaputt. Der hat vor acht Wochen hat er mit mir Schluss gemacht, ich gesucht, wir müssen reden, das kannst du, so darfst du mit mir nicht umgehen, ich habe Beweise, dass du mich belügst, ich habe Beweise, dass du mich betrogen hast, ich habe Fakten mit ihm gesprochen und mit diesem Gespräch hat er einen kompletten Abbruch mit mir gemacht, alles, das Kondor gesperrt, seine Wäsche wäre sterb, also komplett von Tisch und Betten Abbruch gemacht, die Türen hier im Haus zugeschlossen, die ihm wichtig sind, also unvorstellbar grausam, ohne dass irgendwie mal nochmal ein Gespräch stattgefunden hat, du hör mal, weil eigentlich hätte man ja eine Entschuldigung erwartet, wenn der Partner sagt, du hör mal, ich habe dich jetzt durchschaut und jetzt ist hier Schluss und der macht es dann wieder mal noch schlimmer, das ist ja der Punkt und da mag, ich habe gedacht, ich muss sterben, wie er mit mir Schluss gemacht hat, du stirbst jetzt, du stirbst jetzt und ja, ich sitze jetzt hier bei dir und ich bin wieder da, ich bin umso mehr wieder da und sage, okay, das macht nie mehr mit mir irgendjemand, dass der mich so verletzt und demütigt, erniedrigt, klein gemacht, nie mehr. Absolut, man merkt auch diese innere Stärke von ihm, das ist ganz normal, dass man, dass es verletzend einfach ist und das ist ein richtiger, ein absoluter Klassiker, man denkt, so weit wird die Person nicht gehen, so eiskalt kann die Person gar nicht sein, weil jedes Mal ist die Antwort ja, die Person ist so eiskalt und will gar nicht Harmonie, sondern versucht einem immer noch irgendwie einen reinzudrücken und das reinzudrücken und das ist leider die Sache bei solchen Menschen, wenn man probiert, daran zu arbeiten oder etwas zu machen oder wenn man sich denkt, jetzt werde ich dieser Person nochmal einen reindrücken, es wird nicht funktionieren, es wird nie funktionieren, sie sind so sehr damit beschäftigt, äußerlich immer toll dazustehen, sie werden dir immer noch einen reindrücken, auch wenn sie sich jedes Mal dabei selbst zerstören, aber sie wollen dir und sie müssen dir unbedingt nochmal einen reindrücken und wenn sie mit der Realität konfrontiert werden, das heißt, ich habe dich durchschaue, da kommen sie gar nicht klar, man könnte einen absoluten Rückschirn machen, das passt sehr, sehr gut mit diesem Bild überein, dass er einmal erkannt hat, oh, jetzt kann ich tatsächlich nicht so weitermachen, sie hat nicht durchschaut und dann kommt ein Error in seinen Kopf und er geht auf Part-Modus, jetzt muss ich ihr noch ganz schnell einen reinbürgen, dann bin ich ganz schnell weg und das ist verletzend zu sehen, wie sehr die Beziehung dieser Person eigentlich egal ist, wie sehr man selbst die eigentliche Persönlichkeit, das einfach für ihn keine Rolle gespielt hat, sondern man wirklich nur ein Zweck zum Darwarten und es gibt da ganz klar unterschiedliche Phasen, die man durchgeht, wenn man an diese Erkenntnis drankommt, die erste Phase ist ganz klar, man verliebt sich, auch idealisieren, dann eben schwenkt das sehr subtil, aber zum Teil sehr sehr schnell auch um diese Demütigung und dann kommt der Verlust seiner eigenen Persönlichkeit, seines Selbstwertes, man wird verblendet, man wird fremdgesteuert, die Gedanken sind nur noch wirklich komplett voll mit dieser Person, das ist schwer zu erklären, wenn man das selbst nicht durchgemacht hat, aber diese Person hat dieses Talent immer irgendwie einzubeschäftigen, auch wenn sie jetzt nicht da ist, ist sie immer irgendwie im Kopf drin und dann, wenn man drauf kommt, kommt auf jeden Fall Hass, es kommt eine Phase von Hass und jede Person, die sich da freigebrochen hat, kennt das, es gibt diese Wut, es gibt diese Hass, die ist ganz natürlich, das ist der Hass und diese Wut, die sich aufgebaut hat über die Jahre und ich bin hier, um zu sagen, diese Phase wird weggehen, wenn man sich damit auseinander setzt, wenn man sich auf sich selbst konzentriert, wenn man rückblickend die Sachen analytisch betrachtet, er ist einfach so und kann nichts dafür, dann wird dieser Hass auch weggehen. Entschuldigung, Frau Svita, wie gehst du mit der Heilung vor nach der Trennung, nachdem er noch dir einen reinwürgen musste, wie geht man mit der Heilung vor, sich selbst wieder zu finden? Also was mir hilft, ist der Gedanke, dass dieser Mensch wie gesagt gefangen ist in seiner eigenen Blase, und dass er immer so bleibt, wie er jetzt ist, also die erste Frau, die war schon suizidgefährdet und dann kam immer der Gedanke, die erste Frau, die wollte sich schon umbringen wegen ihm und er sagte dann nur zu ihr, ich lasse mich nicht manipulieren. So der Gedanke, also immer wieder diese Bilder und den Gedanke, wie geht er mit anderen Menschen um, Menschen sind ihm egal, das habe ich ihm auch gesagt, dir sind Menschen egal und dann habe ich dieses Bild, hast du das endlich verstanden, sagt er zu mir, er wäre ein Menschenhasser, also weiß ich genau, wenn man hier von Charakter überhaupt sprechen kann, jetzt mal ganz ehrlich, weil, aber ich weiß genau, das ist dieser Hämmern, genau so ist er wie er ist und er wird sich nicht ändern, die nächste, die wird genauso wieder in diese Opfer Geschichte, man hat ja keine Wahl gehabt, man ist in diese Opfer Rolle gedrängt worden, warum, weil man keine Rechte hatte, du hast kein Recht, so und irgendwann muss man erkennen, oh doch, das ist das Recht jeder von jedem auf emotionale Zuwendung, das ist die Würde eines jeden Menschen und somit bin ich erst mal aus dieser Opferrolle raus, ich bin kein Opfer mehr, weil ich weiß jetzt, wer ich bin, ich weiß, was meine Werte sind, ich weiß, was meine Stärken sind und ich weiß, dass ich nie eine Chance hatte, diese Ehe zu retten, weil er ist und bleibt beziehungsunfähig, beziehungsbindungsvermeidend, ganz klar, Nähe, Distanz, alles, was dazugehört und wie gesagt, ich hatte nie eine Chance gehabt, ihn zu erreichen, weil tatsächlich ich nie geliebt worden bin, diese Erkenntnis, du bist nie geliebt worden, du bist benutzt worden, er hat mich im Laufe der Jahre benutzt, um andere Frauen kennenzulernen, der hat meine Freundin, mit meiner Freundin geflirtet und er hat immer alles abgestritten, ach, du bist so empfindlich, du bist dumm, so, meine Heilung, immer wieder zu dir selbst zu bleiben, bei dir selbst zu bleiben, zu sagen, das hat alles mit mir nichts zu tun, das ist er, es wird sich überall in der Firma mit seinen Kindern, mit seinen nächsten Partnerin, es wird sich wiederholen, weil er nicht entwicklungsfähig ist. Frau Svita, ich finde das auch richtig stark, dass du sagst, du warst ein narzisstisches Opfer, aber du bist jetzt keins mehr und das ist wirklich die Einstellung, die ich hoffe, dass jede Person mitnehmen kann, die diese Erfahrung gemacht hat, denn so muss man auch wirklich denken, so kann man sich wirklich daraus befreien, sonst wird man ein Leben lang ein Opfer sein und das ist sonst eine selbterfüllende Prophezeiung, wenn man in seinem eigenen Kopf ein Opfer ist, dann wird es wieder passieren und wieder passieren und man wird dann hier rauskommen. In der Vergangenheit war man oder man wurde narzisstisch missbraucht, kann man sagen, aber ich bin kein Opfer, ich weigere mich, ein Opfer zu sein und ich werde jetzt meine Zukunft aufbauen und glücklich aufbauen und ich habe die Kontrolle über meine Zukunft und wenn man nicht auch so stark denkt, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, da wirklich rauszukommen und sich wirklich zu befreien, denn sonst, das können ja solche Menschen sehr gut, einen immer wieder einzufangen, immer wieder reinzuholen, aus Rita, was würdest du gerne Menschen mitteilen, die gerade erkannt haben, mein Ehemann, meine Ehefrau vielleicht ist höchstwahrscheinlich so, was mache ich jetzt, wie kann ich so stark sein wie du, was würdest du diesen Menschen gerne mitteilen? Also tatsächlich die Glaubenssätze, die Glaubenssätze zu hinterfragen, wie muss ich denn sein, um geliebt zu werden? Die Glaubenssätze, muss ich mir Liebe verdienen? Diesmal zu hinterfragen oder zu sagen, nö, ich bin jetzt so, wie ich bin, genüge ich. Wenn ich einen anderen Partner an meiner Seite gehabt hätte, dann hätte ich ein gutes Gefühl. Nur dieser Partner bringt mich ja in dieses Leid. Also die Glaubenssätze zu hinterfragen und dann auch zu sagen, stopp, ich bin mir wichtig. Ich persönlich bin mir wichtig. Ich persönlich habe das Recht zu fühlen, zu denken, wahrzunehmen, was ich gerade will. Und das ist so, immer wieder diese Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit, Selbstbehauptung und wenn du merkst, dass dann Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zerstört wird, da zu sagen, stopp, da auszusteigen und zu stopp zu sagen, okay, jetzt muss ich mir außerhalb von dieser toxischen Ehe mein Selbstvertrauen wiederholen. Was sind deine Stärken? Meine Stärken zum Beispiel war die Organisation. Ich habe einen spirituellen Stammtisch gegründet mit voller Erfolg. Da habe ich meine Werte, da habe ich mein, 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 so wie ich bin, bin ich in Ordnung. So wie ich bin, genüge ich. Also sich die, 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 aus dieser toxischen Geschichte raus und sich gute, liebevolle Menschen an deiner Seite zu holen, wo du das Gefühl hast, da werde ich unterstützt. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, die Menschen da draußen, die unterstützen mich mehr wie mein eigener Ehemann. Und das hat mir gut getan, das hat mir Kraft gegeben. einen Freundeskreis aufzubauen, langsam, weil solche Menschen, die isolieren dich ja auch. Die sagen dir dann irgendwann, du, ich bin der Einzige, der dich retten kann. Wenn du mich verlierst, dann fällst du weg. Das ist ja, eine Psychologin, die, die, die beschreibt das gut, das ist ja dieses, dieses, dieses innere Säugetier, was aus der Herde gedrängt wird. Und wenn, wenn dieses innere Säugetier weggedrängt wird, also das verliert ihr dann, das ist ja Todesgefahr, das verliert ihr dann den Schutz, die Sicherheit und dementsprechend die Angst. Wie geht es jetzt weiter? Also das waren, das waren so meine, einfach, es gibt so viele, habe ich gespürt und auch gelesen, die in der gleichen Situation sind und waren wie ich, wo ich für mich gedacht habe, okay Mädchen, jetzt nimmst du dich nicht mehr so ernst und nicht mehr so wichtig, es sind so viele da draußen, die haben es geschafft, da rauszugehen. Häusliche Gewalt. Ich habe ja, ich habe ja den Stempel, dass ich hier seelische Gewalt erlebt habe. Häusliche Gewalt, das ist Körperverletzung. Ich könnte diesen Mann anzeigen, wenn ich wollte, aber ich mache es nicht. Aber der innere Gedanke, der Stärke, oh, hier habe ich seelische Gewalt erlebt, das ist auch wieder dieses Unrecht, zu erkennen und ach hier, muss ich niemand, niemand, nur weil dieser Mensch gestört ist, sorry, weil dieser Mensch eine Persönlichkeitsstörung hat, eine psychische Störung hat, das heißt noch lange nicht, dass ich kaputt gehen soll. Ja, so. Absolut, richtig, richtig stark. Finde ich auch richtig gut mit dem Aspekt, zu erkennen, es ist nicht okay, was gerade passiert. Und das kommt öfters vor, dass sie Sachen machen, wo man sie auf jeden Fall anzeigen könnte. Das richtig herausfordern. Ja. Dass ein Bewusstsein, ja, ich könnte diese Person anzeigen, das heißt automatisch, von dem Gesetz her, es war absolut nicht in Ordnung, was diese Person da gerade gemacht hat, dass man, dann hat man diesen Beweis dafür. Das war nicht okay, vom Gesetz her, das Gesetz sagt mir, sie haben absolut eine Grenze überschritten. Was wieder, was hältst du von der, da würden mir deine Gedanken auch interessieren, dass man dann sagt, diese Person einfach nicht mehr ernst nimmt und das, was sie sagt, nicht mehr ernst nimmt, diese Beleidigung nicht mehr ernst nimmt, dass man nicht, wie eine gesunde, ernstzunehmende Person sieht, sondern einen tatsächlich, man sieht eine Persönlichkeitsstörung. Man spricht mit einer gestörten Person und das automatisch die Sachen, die gesagt werden, einfach nicht ernst nehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, es ist so, es ist auch da, Schritt für Schritt, weil ich bin in diese Ehe immer wieder eingeschüchtert worden, mit Gesten, mit Mimik, mit Feindseligkeit, Verachtung, dann sind auch mal die Fäuste, dann ist auch, also richtig, richtig ein, das heißt, ich habe Angst vor diesem Mensch, ganz klar, aber diese Angst, die darf da sein, ich habe Angst, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich ohnmächtig, das sind Gefühle, die sind da, ich habe Wut, ich hasse diesen Mensch, ich bin in dieser Abhängigkeit, das sind Gefühle, die dürfen da sein, die darf man nicht verdrängen und trotz dieser Angst muss man aber den Schritt raus, man muss den Mut, da, ich sage immer, da wo die Angst ist, ist auch Mut, weil ohne Mut keine Angst und das immer wieder erkennen, aufschreiben, ich habe so viel, ich habe tatsächlich, ich habe in meinem Schlafzimmer am Spiegel, habe ich, habe ich so ein, habe ich mir so eine Tafel gemacht, tatsächlich, wo, wo ich alles, mir ausgedruckt habe, aufgeschrieben habe und ausgedruckt habe, wie tickt dieser Mensch, was ist narzisstische Beziehung, was ist toxisch und wie komme ich da raus und wie fühle ich mich immer wieder, ich habe mir mein, 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 mein Ausweg, habe ich mir da, dahin geklebt, ne, und wenn ich da ein Stück, nur noch ein Stück zweifle, weil, wie du schon festgestellt hast, die können ja auch anders, ne, gerade, gerade dieser, dieser Mensch, der ist ja ein verdeckter Narzisst, ne, ist ja, er ist ja, ich bin doch Opfer, ach du, also, wenn du anders wärst, ich bin Opfer, ne, und das ist ja das, was mich ja, diese Schuld umkehrt, und das hat, das triggert ja meine Kindheit, das hat meine Kindheit getriggert, bis ich irgendwann gelernt habe, hier, stopp, hier passiert irgendwas ganz Schlimmes, so, jetzt habe ich die Faden verloren, alles gut, das finde ich auch sehr, sehr gut, diese, diese Erkenntnis, dass, wenn man das zugelassen hat, dass das eben sehr oft mit der Kindheit zusammenhängt, und dass man dann einfach da schaut, wie habe ich das nicht gesehen, wie konnte ich das nicht sehen, und das hat man sehr oft damit zu tun, mit der Kindheit, und dass man sich dann sagt, zurück, denk als Kind, auch als Kind war ich es wert, auch als Kind war das nicht richtig, auch als Kind habe ich verdient, so zu sein, so wie ich bin, und so wie ich bin, ist nicht nur okay, es ist gut, so wie ich bin, und ich habe meine Stärken, und genau diese Stärken versucht der gestörte Narzisst, kleinzureden, und mir wegzunehmen, und meinen Stolz zu klauen, und meine Stärken zu klauen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass solche Menschen, die brechen dich, die brechen dich, ohne dass du irgendwas dagegen hast, dagegen tun kannst, du bist gebrochen, weil, weil, wenn es, wenn es so viele Jahre schon geht, und du unterwirfst dich freiwillig, du willst nur Harmonie, du kriegst, also ich habe letztes Jahr, das ganze letztes Jahr, immer nur einen Krümel zugeschmissen, so, ach guck mal, ist ja so, dass ich überhaupt mit dir rede, und was willst du denn, und ich habe diesen Krümel, habe ich angenommen, ich habe diesen, ich war mit diesem Krümel, zum Schluss zufrieden, dass ich überhaupt dankbar war, dass ich ein Stück weit Aufmerksamkeit von ihm bekommen habe, das muss man sich mal geben, man wird gebrochen, und das ist, finde ich, so wichtig, wo ich gedacht habe, naja, du bist zu dumm dazu, oder du bist, du bist zu schwach dazu, die brechen jeden, und das ist toll, die suchen sich Menschen, die selbstbewusst sind, die suchen sich Menschen aus, die wissen, was sie wollen, und wenn die dann gebrochen sind, dann fühlen die sich stark, also, es ist niemand schuld, das heißt, jeder, jeder fällt auf dieses Gaslighting rein, diese Gehirnwäsche, sogar Psychologen, jeder, Ärzte, in jedem sozialen Bereich, die brechen jeden, weil die haben tatsächlich dieses Mindset, oder dieses, keine Ahnung, wie man das nennt, das ist ja, ich würde als kleinen Zusatz da sagen, es ist, wenn man das nicht kennt, man da auf jeden Fall reinfallen, es gibt Menschen, die nicht drauf reinfallen, sind Menschen, die sowieso sehr abgehärtet sind, die auch selbst, ich sag mal, keine harte Kindheit hatten, und schon früh merken mussten, was sind sie, wer sind sie, und was will ich, und dass sie von Anfang an, so gesehen, auf emotionale Tricks nicht reinfallen, und direkt hart wirken, und direkt halt direkt abweisen, und das ist ja das Schwierige, bei solchen Menschen, entweder, man unterwirft sich, oder die Beziehung ist komplett kaputt, und man wird nie wieder mit dieser Person sprechen, und es wird nie wieder gut sein, das kreiert auch diese Angst, wenn man nicht mitmacht, dann wird man auch ewig gehasst, von sich abgenommen, und das ist das Schwierige, und das, also ich kenne halt auch einfach Menschen, die da von Anfang an sich dann nicht darauf einlassen, weil sie einfach sehr abgehärtet werden mussten vom Leben, weil sie als Kind einfach dazu bezogen, und solche Menschen sind aber, Menschen mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, auf diese Menschen gehen die gar nicht zu, da sind die auch von weg, das heißt, auch die Menschen, die ihnen zugehen, und die Menschen, die sie halt ernst nehmen, und die kriegen sie eigentlich, wenn sie sich wirklich Mühe geben, bekommen sie einen irgendwie gepackt, und solange man die auch einfach nur ernst nimmt, und mitmacht, werden sie immer, immer, immer weiter machen, und man wird immer tiefer da reinfallen, und ja, dass man sich tatsächlich einfach, nicht im geringsten, eine Schuld macht, die haben mich immer fertig gemacht, es ist nicht meine Schuld, ich muss mich nicht immer beweisen, und es ist einfach sehr, ja, sehr schwierig mit solchen Menschen, und man muss erstmal einfach bei dem Punkt ankommen, zu sagen, jetzt bin ich bereit, tatsächlich ein Leben lang, einfach nie wieder mit dir sprechen zu wollen. Die suchen sich Menschen, die übertolerant sind, und die überanpassungsfähig sind, das ist genau das, deshalb sind wir Opfer, ne, übertolerant, überanpassungsfähig, genau. Ja, absolut, und das sind ja eigentlich, warmherzige Charaktereigenschaften, und es ist schade, dass das ausgenutzt wird, es ist schade, dass in der Welt, also dieses Bösartige gibt, dass wenn jemand wirklich ein großes Herz hat, und wenn jemand wirklich an das, äh, pur, an das Gute an anderen Menschen denkt, und daran glaubt, dass das ausgenutzt wird, und dass man, ja. was mir so gut tut, damals, als ich den, als ich gegoogelt habe mit dem Satz, ich leide und weiß nicht warum, da war das Thema toxische Beziehung, Narzissmus, destruktive Beziehung, das gab's noch nicht, also das, das war noch nicht so bekannt, wie jetzt mittlerweile, und damals, da gab's, da war, da war das Internet, war nicht so, so fit jetzt, wie jetzt, ne, heute, und was, was mir so gut hilft, ist, wenn, der wird sich ein nächstes Opfer suchen, ich weiß, dass er das jetzt schon macht, ne, und die tut mir unendlich leid, die würde ich jetzt so gern in den Arm nehmen, und sage, hier, schütze dich, aber auch sie muss die Erfahrung machen, und ich weiß, auch sie wird unglücklich sein, auch sie wird ihn nicht erreichen können, und sie wird irgendwann anfangen zu googeln, genauso wie ich, und die wird sofort eine Antwort bekommen, ne, dass sie dann hoffentlich die Stärke gleich hat, weil je länger man in so einer Ehe ist, umso abhängiger ist man, ne, dass die gleich erkennt, okay, hier stimmt was nicht, hier geht gewaltig was schief, ich verliere mein Ich, und hier steige ich jetzt aus. Ja, Frau Svita, ich muss auch wirklich sagen, wie beeindruckend das ist, dass du das tatsächlich wirklich erkannt hast, und geschafft hast, und gesagt hast, nein, ich stehe jetzt zu meiner Person, weil das eben, ihr kanntet euch ja nicht nur ein, zwei Jahre, sondern ihr hattet ja eine Ehe, aber du hast trotzdem gesagt, ich kann das einfach nicht zulassen, finde ich wirklich sehr beeindruckend, und da können sich wirklich viele Menschen etwas mitnehmen, und davon lernen und Kraft davon sammeln, zu sehen, du, Frau Svita hat es geschaffen, Frau Svita hat diese Stärke, dann kann ich das auch schaffen. Ich bin es mir wert, Marc, jeder, jeder sagt, ich bin es mir wert, ne? Absolut, auf jeden Fall, Frau Svita, vielen, vielen lieben Dank, für deinen Mut, und deine Offenheit, finde ich richtig stark, ich bin mir sehr sicher, dass sich viele Menschen etwas mitnehmen können davon, und wirklich gelehrt haben, und selbst auch Stärke mitnehmen konnten, von diesem Gespräch. Ich würde jetzt am liebsten jeden umarmen, der dieses Gespräch jetzt sich anhört, weil derjenige, der uns jetzt hört, dem geht es genauso wie mir, also der ist genauso unglücklich, und ich würde am liebsten alle umarmen, die jetzt das alles hier anhören, und sagen hier, Mut machen, es kommt der Punkt, wo du echt beide Fäuste machst, du spürst die Fingernägel in deiner Hand, und du schreist raus, und jetzt reicht es. Genug ist genug. Das ist der Punkt, wo man dann, das ist der erste Schritt, also ja überhaupt, einer der ersten Schritte zur Heilung, zu sagen, und jetzt reicht es. Ja. Sehr gut gesagt. Ich danke, Marc, ich danke für die Gelegenheit, und dass ich da Menschen helfen kann, die in der gleichen Not sind, die sich auch so hilflos und ohnmächtig gefühlt haben, wie ich. Ja, und das ist wichtig, auch dass man diese Aufklärung hat, dass man, genau wie du sagst, man hat schnell diese Möglichkeit, heutzutage etwas zu finden. Und man ist letztendlich doch nicht hilflos. Man findet Wege und Möglichkeiten, Heilungsrituale, Imagination, Affirmation, YouTube-Videos, ich habe gute Bücher, immer wieder, immer wieder, und bitte, keine YouTube-Videos anhören, die dir sagen, so, jetzt bist du emotional abhängig, jetzt hast du ein Problem, du kommst da nie mehr raus. nur Dinge, die anhören, die dein Selbstwertgefühl stärken, die dir gut tun, die dir zeigen, oh, und jetzt schaffe ich es. Das ist so wichtig. Ja, es gibt es tatsächlich Übelgüter, die sind vorhanden. Ja, jetzt hast du ein Problem. Das habe ich auch mal von der Paartherapeutin, ich war ja dann auch in Therapie, sagt die Psychologin, was haben sie denn gemacht, weshalb ihr Mann so reagiert, wie reagiert. Okay, also dann auch rumgestochert und das hat dann eigentlich nur alles schlimmer gemacht. Das geht ja gar nicht, dass sie dann sagen, man soll seine eigene Person einfach komplett ignorieren und sich unterzulernen. Du kommst da raus, das ist genau das Falsche, was man machen soll. Aber auch solche Erfahrungen macht man. Man sucht Hilfe und findet keine. Deshalb machen wir beide das ja. Das ist so wichtig. Man sucht von außen Hilfe und gute Freundinnen, die sagen, also du, ich kann jetzt gar nicht verstehen, was du willst, dieser Mann, der ist doch so ein Netter, der ist doch so ein Lieber und ein Hilfsbereiter. Ich weiß jetzt gar nicht, was du von mir willst. Man sucht Hilfe von außen. Traumatherapie. Also da muss ich sie auf eine Liste stellen, aber die Liste ist voll. Ich sage Ihnen gleich, also ein Jahr überhaupt, einen Therapieplatz, also da haben sie keine Chance. Man muss letztendlich sich selbst auf den Weg machen. Man hat keine andere Wahl. Man kriegt keine Hilfe von außen. Die Erfahrung, die musste ich machen. Deshalb stehe ich hier und sitze hier mit dir und sage Mut. Hört euch Videos an, die euch gut tun, die euch motivieren, die euch Selbstvertrauen geben und dann geht es weiter. Ja, man findet auf jeden Fall Hilfe. Wir sind zum Beispiel auch, ich bin der Leiter einer gemeinnützigen psychologischen Online-Beratskunde. Wir sind vor allem auch für Menschen von narzisstischem Missbrauch da, weil eben genau, wie du sagst es wieder, viele Traumaten kennen sich da gar nicht so gut aus, weil es schwierig ist, das nachzuvollziehen, wenn man da nicht selbst auch irgendwie Erfahrung gemacht hat, weil man es schwer zu verstehen ist, wie solche Menschen denken und wie böse sie zum Teil sind. Das heißt, jede Person, die zuschaut, die auf einer Warteliste ist und ein Jahr lang warten muss, wir können direkt nächste Woche, wenn du früh am Tag schreibst, direkt heute noch einen Freitermin machen und eine Beratung anfangen, dass wir da so schnell wie möglich reisen, rauskommen und wir sind vor allem auch gemeinnützig. Das heißt, nicht 100 Euro im Gespräch, sondern 40 Euro im Gespräch. Ja, da war ich sehr dankbar, Marc, darf ich nochmal kurz, da war ich sehr dankbar, sofort ein Gespräch mit dir und vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich habe ein Vermögen ausgegeben für ein Gespräch, um das Gefühl zu haben, wo arbeitet denn hier ein Mann? Oh, der wird hier bald Single. Oh, den muss ich aber jetzt mal besuchen. Aha. Und deshalb bin ich so dankbar, ein Gespräch mit dir und dass ihr sowas anbietet und das auch mit humanen Preisen, wo man dann sagt, okay, jetzt kann ich auch ein zweites Mal ein Gespräch mir leisten und vielleicht sogar ein drittes Mal oder halt Mitglied werden bei euch. Das ist ja fantastisch, was ihr anbetet. Ja, vielen, vielen lieben Dank und das ist mir auch persönlich sehr, sehr wichtig, weil es geht vielen Menschen schlecht und viele Menschen fühlen sich gefangen und ich finde das einfach nur falsch, dass wir in Deutschland wohnen und das sollte noch eigentlich so sein, dass man, wenn man anfängt, sich eine Therapie zu suchen oder anfängt, Hilfe zu suchen, dann geht es einem jetzt schlecht. Dann braucht man jetzt Hilfe und nicht, wenn man auf den Platz kommt, denn wenn jeder, der probiert hat, mal eine Therapie zu suchen, ich habe das auch schon durchgemacht, meistens wird einem gesagt, wir haben jetzt einfach keinen Platz. Und das tut auch noch mal wem und das ist nicht falsch. Und genau deswegen baue ich das jetzt auf und stehe absolut dahinter. Und das ist ja nochmal so ein Punkt, wenn du keine Hilfe hast, wenn du keine Unterstützung hast, dann bleibst du umso mehr in dieser toxischen Beziehung. Das ist ja das Schwierige da dabei. Dann kommst du gar nicht mehr raus. Dann schaffst du das nicht. Du brauchst tatsächlich Hilfe von außen, wenn es nur du bist, wo ich unwahrscheinlich dankbar bin. Oder halt zu sagen, okay, dir selbst helfen und Hilfe von außen, was kann ich tun? Keine Ahnung, in einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel. Das ist fantastisch. In einer Selbsthilfegruppe zu gehen, um zu sagen, okay, guck mal, ich bin jetzt hier nicht allein, ich kann mich austauschen. Dieser Austausch ist so wichtig, dass man jetzt so alleine gelassen wird mit diesem Thema, wo ich jetzt auch, ich bin so dankbar, das glaubst du gar nicht, dass wir beide uns austauschen können, dann geht es mir richtig gut. Das ist Selbstbewusstsein letztendlich. Ja, auf jeden Fall. Es tut auch wirklich gut zu hören, dass es andere Menschen wirklich sehr, sehr ähnlich und zum Teil genau gleich ging. Dass es mich überraschen, wie diese Persönlichkeitsstörung so unglaublich ähnlich ist in unterschiedlichen Menschen. Und oft hört man, oh mein Gott, das kommt mir absolut bekannt vor. Genau so hatte ich das auch. Genau. Dass es dann wirklich die Persönlichkeitsstörung dahinter ist und man sich nicht etwas einbildet. Genau. Ich habe immer gesagt, oh, die kennen meinen Mann. Die kennen, genau so geht er mit mir um. Die kennen meinen Mann. Und deshalb kennst du einen, kennst du alle. Ja. Kennst du einen, kennst du alle. Ja. Und je mehr du leidest, umso bösartiger ist dieser Mensch. Ganz klar. Ja. Ich habe richtig gelitten. Das ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie man glaubt, dass man eine gute, ernsthafte Bindung hat. Und aber wirklich, genau dann, wenn es richtig anfängt, schwierig zu werden, genau dann hat man das Gefühl, zeigen sie einem nochmal extra, wie kalt sie sein können. Ja, weil sie das selbst auch so gelernt haben. Weil ihre Eltern einfach nur eiskalt zu ihnen waren. Ja. Ja, sie haben absolutes Traume erlitten. und das auch weiter, weil sie es nicht schaffen, das selbst zu verarbeiten. Und das ist aber die falsche Herangehensweise. Wenn man sein Trauma nicht bearbeitet, welche sie haben, dann wird man sie weitergeben. Und solche Menschen, es kann, oder es kommt öfters mal vor, dass solche Menschen irgendwann einfach abfügbar alleine sind und einsam sind. Ja. Es stellt sich immer wieder die Frage, kann ich meinen Partner noch erreichen? Und wenn du ihn nicht mehr erreichen kannst, dann musst du dich selbst auf den Weg machen. Es geht halt nicht anders. Und auch immer wieder die Erkenntnis, dass solche Menschen nicht lieben können. Die können ihre Kinder nicht lieben, ihre Enkel, die können nicht lieben. Die können keine Nähe zulassen. Dann haben wir wieder dieses bindungsvermeidende Verhalten. Und das muss man einfach, man muss verstehen, du bist in einer toxischen Beziehung. Und du musst daraus, egal wie, du musst für dich einen Weg finden. Auf jeden Fall. Absolut. Ich habe noch gerade kurz auf mein Kalender geschaut. Entschuldigung. Ja. Denn sonst was passiert, ist, man wird einfach seine Persönlichkeit umgeben. Man wird einfach... Genau. Ja. Verschwinden. Man wird komplett fremdgesteuert. Man wird jede Sekunde glauben, wie muss ich mich so behalten, dass es okay ist. nicht, dass ich glaube, es ist richtig, mich so zu behalten. Diese Person denkt, es ist richtig, dass ich mich so behalte. Und du wirst auch nie genügen, egal ob du jetzt deine Persönlichkeit aufgibst, ob du ihm alles recht machen willst, ob du ein Ja-Sager bist. Du wirst nie genügen. Der wird dir immer wieder zeigen, so wie du bist, genügst du mir nicht. Und warum? Weil er ja besonders ist. Solche Menschen sind ja, die leben ganz, die denken ganz anders, die sind besonders. Diese Fremdschädigung, diese Selbstbezogenheit, diese Fremdschädigung, mir gehört die Welt. Und du bist mein Untertaner. Das ist halt die Störung. Und das kann man nicht wegdenken mehr. Das finde ich eine richtig gute Darstellung. Sie sind quasi der Superheld und man selbst ist der Untertaner. Die werden das zwar nie unbedingt direkt so sagen, zum Teil auch, aber die werden das vor allem einfach nur so implizieren. Man wird das richtig spüren. Sie denken das tatsächlich, auch wenn sie es nicht sagen. Sie denken, du bist ihnen untergeordnet. Sie wissen alles. Sie wissen, was man zu tun hat, zu sagen hat. Sie wissen, was richtig ist. Und man wird auch immer in diese Rolle weiter und weiter und weiter eingeschoben, dass man einfach absolut untergeordnet ist. Man hat hochzuschauen. Man hat auf die Knie zu fallen, zu sagen, ich bin so unglaublich dankbar, dass Gott dich mir geschenkt hat. Und wie kann ich das nur wieder gut tun? Wie kann ich jeden Tag nur dir zeigen, dass du so unglaublich viel wert bist? Man muss sich immer wieder bedanken für alles tausendmal und zurückkommt aber nichts. Und, genau. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ja, zurückkommt nichts, weil es ist ja normal, dass man ihnen diese Dankbarkeit immer weiter schenkt und sie müssen einem nichts zurückgeben. Sie haben es ja einfach verdient. Was dieses Individuum, der hat über Jahre hin alles subtil, alles hinterlistig gemacht. Also man kann von diesem Mensch echt von einer dunklen Triade reden mittlerweile. Alles hinter meinem Rücken gemacht. Der ging zum Beispiel hinter mir her und hat geschnüffelt. Und dann sage ich dann irgendwann, stinke ich, oder? Nein, meine Nase läuft. Aber er hat es andauernd. Er hat es konditioniert. So, dass ich irgendwann so unsicher war. Na ja gut, also mit mir stimmt irgendwas nicht. Und das ist aber wieder, da haben wir wieder die Egozentrik und die Projektion, weil er stinkt. Ups. Na, sorry. Aber so hat er mich im Laufe der Jahren, da hat er mein Selbstvertrauen genommen, indem er dann hinter meinem Rücken gemacht hat. Oder hinter meinem Rücken auch beim Fahrradfahren mit Frauen geflirtet. Ich habe es anhand von der Reaktion gesehen, dass Frauen mich ganz komisch angeguckt haben. Ach, das war ein ganz komischer Blick. Also alles, vieles hinter meinem Rücken. Und so, oder dieser verachtende Blick, fettige Haare, aber subtil, nie ausgesprochen. Fettige Haare, und guck mal, Bauch, eklig. Alles so subtil, dass ich im Laufe der Zeit kein Selbst... Ich wollte mich schon schwarz färben. Ich wollte meine Haare schwarz färben, weil diese Manier auf schwarze, lange Haare steht. So, da denke ich, da ist aber jetzt meine Grenze. Aber das bringen die, das erreichen die. Die nehmen dir dein Selbstvertrauen, ohne dass du es merkst. Ganz schlimm. Ja, das ist auch ein ganz großer Punkt, Roswitha, mit diesen Unterschwelligen. Man kann auch sagen, sie sind auch sehr feige, oder generell, sie haben eine sehr feige Einstellung. Wenn etwas ist dann, sie sprechen es nie direkt an, und das ist einfach eine so fiese, unterschwellige Art, jemandem das Selbstbewusstsein zu klauen, etwas anzudeuten, dann zu sagen, nein, nein, das hast du ganz falsch verstanden, aber ganz offensichtlich trotzdem das immer weiter und weiter andeuten. Und man wird dann einfach anfangen, oh je, versucht die Person mir irgendetwas zu sagen, aber dann kommt er so, als ob es nicht so ist, was passiert hier gerade. Und man versucht, das logisch zu verstehen. Und die Wahrheit ist, es ist nicht logisch. Sie wollen einfach nur etwas klauen. Und ganz off diese Sachen, die auch eben selbst so sind, wie du zum Beispiel sagst, er wird dann immer implizieren, ja, du stinkst irgendwie, aber er fühlt sich selbst unsicher, dass er selbst diesen Geruch hat und wird das dann projizieren auf andere Personen. Und das ist wieder diese Sache, dass man das einfach nicht erwartet. Und dass jemand dann so dreist ist, diese Probleme einen weiterzugeben. Und so wird man einfach mit der Zeit immer und immer mehr verunsichert. Und die Wahrheit ist, dass sie selbst extrem verunsichert sind und das deshalb machen müssen. Du wirst auch in so einer Beziehung, wirst du nie ein Wir-Gefühl erleben. So Wir. Immer nur ein Ich und ein Du. Es fehlt so viel Wohlwollen. So dieser Liebesfaden, der dann einfach abbricht. Und dann stehst du da und denkst, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Du wirst, in dieser Beziehung wirst du immer gestresst sein. Und da ist dir dann auch wichtig, dass du dich da entstresst, weil der Cortisol-Spiegel, der ist ja immer hoch. Der ist ja immer unter ferner Liefen. Also du bist nur gestresst. Die sehen schon zu, dass du immer gestresst bist. Sei es eine komische Atmosphäre, sei es eine komische Stimmung oder wieder diese Demütigung, diese Erniedrigung, die du immer wieder erlebst. Und da habe ich dann, weil Gott sei Dank weiß ich, was da auch zu tun ist. Und das ist nochmal so ein Punkt, dass du deinen Körper wieder aufbaust. Weil wenn du dich körperlich stark fühlst und dann kannst du das eher verkraften. Zum Beispiel die Leber. Die Leber, da steckt die Wut drin, dass du lebersteigende Mittel zu dir nimmst. Das ist tatsächlich mein Herz. Also das ist dieses toxische Liebeskummer. Ich hatte Herzrhythmusstörungen. Dass ich da Omega-3 zu mir nehme. Also es gibt Dinge, wo du deinen Körper stärken kannst, dass du sagst, okay, jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt bin ich voller Power und jetzt schaffe ich es umso mehr. Weil diese Energiewampire, die saugen dich aus. Die laugen und saugen dich aus, dass du dann da sitzt und gar keine Kraft mehr hast. Psychisch und physisch hast du keine Kraft mehr. Um das zu erkennen, okay, jetzt brauche ich Sportausgleich. Und wenn du nur spazieren gehst zum Beispiel, du gehst spazieren in den Wald, du umarmst einen Baum, und du fühlst das. Gut, es ist jetzt dieses Spirituelle, aber einfach mal wieder dieses Ich darf fühlen. Du fühlst die Kraft des Baumes. Du gehst in den Wald und sagst, die Erde trägt mich. Ich bin in Sicherheit. Die Erde trägt mich. So diese Affirmation, dass du dir wieder selbst auch denkst, okay, hier habe ich meine eigene Sicherheit. Mein Körper ist meine Sicherheit. Ja, dass man sich dann teilweise tatsächlich, und das ist die Kraft von außen sich holen, was dieser Mensch, der ja nehmen will, der will, und das hat mir meine Psychologin gesagt, der will mich zerstören. Der wollte mich zerstören. Der Feind an meiner Seite. Solche Menschen gehen in den Krieg. Das darf man nie vergessen. Das ist so wichtig. Auf jeden Fall. Was man auf jeden Fall auch merkt, was damit einhergeht, dass sie einem wirklich diese Energie ausrauben, wie ein Vampir, finde ich richtig gut, die Darstellung, dass man immer mehr Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, weil man so verunsichert ist, was ist richtig, was will ich eigentlich, was ist eigentlich meine persönliche Meinung, dass es passieren kann, dass man wirklich immer mehr Schwierigkeiten hat, sich wirklich banale Sachen, dabei banale Sachen, sich einfach nur zu entscheiden, soll ich ein schwarzes T-Shirt kaufen, soll ich ein rotes T-Shirt kaufen. Ja, genau. An sich ist eigentlich keine große Entscheidung, aber man steht dann da, denkt sich, was will ich jetzt eigentlich, wenn man mit der Zeit vergisst, eine eigene Meinung zu haben, man lernt, eine eigene Meinung zu haben. Genau, Marc. Auf den Punkt. Ja. Dann einfach zu, das wieder zuzulassen, zu spüren, eine eigene Meinung zu haben, einfach aus der Komfortzone rauszugehen und einfach zu entscheiden und nicht rauszufinden, wer eigentlich ist, diese Persönlichkeit zurückzugewinnen und richtig stark, dass du Sport erwähnst, dass du dich oft unterschätzt, was für einen riesen, großen Einfluss Sport und gesunde Ernährung haben kann, eine Psyche. Wenn man Sport treibt, man geht raus, der Kreislauf wird gestärkt und ein starker Körper beziehungsweise ein starker Körper heißt nicht automatisch eine starke Psyche, aber ein starker Körper kann dir helfen, deine Psyche zu stärken. Kann dir wohl helfen. Genau. Man traut sich wieder was zu. Also ich mache jetzt nicht Extremsport, ich mache meinen Fahrradsport, meines, eine Stunde. Man traut sich aber wieder, was zu. Guck mal, das habe ich jetzt nur für mich gemacht und es geht mir gut dabei. Ja, auf jeden Fall. Man hat dann auch wirklich dieses Erfolgserlebnis, was die gestörte Narzissen einfach nicht schauen wollen. Man hat das Gefühl, man muss es mal machen, ist richtig. Entschuldigung, Sport wird ein Erfolgserlebnis in dir hervorrufen. Genau. Das ist die Ideologie. der Mensch schüttet, oder das menschliche Gehirn schüttet Endorphine aus, wenn man Sport macht. Wenn man eine Stunde, das ist stark, jeden Morgen, wenn man eine Stunde lang Fahrradfahrt zum Beispiel, dann wird das Gehirn Endorphine ausschütten und wenn du zurück nach Hause kommst, wirst du ein Erfolgserlebnis haben. Das ist biologisch, das ist so. Das wird dir helfen, wenn du das nimmst und gleichzeitig auch an deiner selbst arbeitest, wird dir das helfen, wieder zu dir selbst zu finden. Und auch tanzen. Die Frauen, an die Frauen, wenn es dir mal so richtig schlecht geht, hol dir eine gute Musik, die dich powert. Und dann tanzt du es. Guck dir niemand zu. Dann tanzt du, du tanzt dich frei. Oder du setzt dich ins Auto und schreist laut alles, was dich, schreist raus. Schrei all diese Demütigungen raus, dass man sich dann auch wieder Luft machen kann. Das sind so Punkte, die so wichtig sind. Auf jeden Fall. Und so kann man auf jeden Fall Schritt für Schritt wieder zu sich selbst finden. Ich finde das schrecklich, dass es Videos gibt, die sagen, ja, jetzt bist du da drin, jetzt kannst du nichts machen. Das ist so etwas von absolut falscher Einstellung. Man selbst hat die Verantwortung über seine eigene Zukunft und man kann Verantwortung für seine Zukunft übernehmen. Und man hat die Möglichkeit, sich daraus zu kämpfen, das macht mich schon fast bühend. Dass es Videos gibt, die einem sagen, ja, probier einfach gar nicht. Denn alles, was man machen kann, ist, im Leben ist, sein Bestes zu geben und zu probieren. Und mehr als sein Bestes zu geben kann man nicht. Aber wenn man sein Bestes nicht gibt, dann kann man nicht behaupten, ich habe es probiert. mit diesem Schlusswort aus Vita. hast du noch eine Message, die du dir mal sagen möchtest, ein Abschluss, ein Abschlusssatz, den du gerne mitteilen möchtest. alle, die in meiner Lage sind, ich fühle so mit euch und bleibt genau so, wie ihr seid. Lasst euch nicht verbiegen. Hinterfragt, wer will dich niedermachen? Welcher Mensch ist das? Und der entwickelt sich und du merkst, dass das eigentlich ein Arschloch ist, der dich niedermachen will. Genauso wie du bist, genügst du und genauso wie du bist, bist du wertvoll. Und wie gesagt, lass dich von niemandem verbiegen. Ein sehr schöner Abschlusssatz. Und alle Zuschauer, vielen lieben Dank, bis zu Schauen und bis zum nächsten Mal. Aus Vita, vielen lieben Dank. Ich danke dir, Marc, ich danke dir aus tiefstem Herzen.